Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Road of Trucks Auftrag hier im American Truck Simulator vom Halloween Event 2023. Wir befinden uns immer noch in Burns und wir schauen mal, was da die Aufträge bringen. Nach Moab in Utah, 725 Meilen, das könnte man eventuell in einem Rutsch schaffen. Das klingt doch echt nicht verkehrt. So kleine Aufträge sind doch gar nicht mal so schlecht. Vor allem, da ich ja nicht mehr ganz so viel Zeit habe für den ganzen Bums. Jetzt noch nicht viel Kohle, aber dafür geht es schneller. Und Geld, das haben wir ja genügend. Den wollen wir mal. Ach, tanken hätte man ja auch können noch sollen, eventuell. Jetzt drücke ich wieder alles, was ich nicht drücken wollte. Und schon wieder steht was anderes da. als zuvor. Wunderbar. Ein Parkplatz voller Überraschung. 4,5 Dollar pro Gallone. Das wird auch echt nicht besser. Das nächste Mal tanken werden wir mit 5 Dollar. Wahrscheinlich. auch nicht. So. Wo müssen wir hin? Wir müssen nachher links. Warte, hier kommt man gar nicht raus. Ach man. 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 Manchmal ist das Navi halt doch richtig, ne? Stay left and then turn left. Ja wir warten bis das Tor auf ist und jetzt ganz hinten durch und dann rückwärts ran. Hier gibt es nichts zu sehen, nur eine LKW drehen muss. Ganz sofort. Dort müssen wir dann auch wieder nicht ran. Dann wollen wir mal. 700 Meilen. Ich habe vergessen wo es hingeht. Moab. Sind wir ja schon genügend durchgefahren in diesen ganzen Halloween Fahrten. Dieses Jahr haben wir jetzt auch mal Zeit auch dort abzuliefern. Geht direkt. Geht direkt. 2 Stunden. Passt das überhaupt? Ja. So. Weiß ich nicht. Ich glaube wir schlafen vorher nochmal. Wir schlafen vorher nochmal. Steht direkt. Kann nicht schaden. Vorher nochmal zu starben. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal. Wir schauen mal wie das zeitlich passt. Kommt noch an wie viele Wagen wir haben jetzt die uns reinkicken. sehr schön. Freie Bahn. So wie es sein soll. habe ich es wünschen. Ich hätte es besser gesagt. Das ganze hier wieder mein 55. Mein pro Stunde. Und geben wieder Gas auf 60. Ich weiß nicht. Beschleunigen auf 60. Beschleunigen auf 60. Ja. Weiter raus. Durch die schöne Landschaft und die Feldstrukturen durch. 18 Uhr von da ab. Dann um 10 Uhr nach. Ich würde wahrscheinlich auch gleich kurz nochmal unterbrechen. Also. Für mich unterbrechen. Für euch wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also. Sicherheit nicht. Ähm. 45. Ach. Aufgeschissen. Mit 60. Aber jetzt eventuell mit. 50. Dürfte passen. Es passt. Es passt. Aber ich gehe auch nochmal sicher. hier. Das kann man eigentlich schon wieder beschleunigen. Oh ja. Die 1 Million. Die knacken auf alle Fälle. Auf diesem Profil. Bei dem Event. Und. Ah. glückliche Landschaft. Es ist toll. Es macht einfach Spaß durchzufangen. Jetzt haben wir glaube ich die 35. hier. Die halt auch angebracht ist für diese 90 Grad Kurve. hier. Ich habe hier ein bisschen sehr beschleunigt. Ich erinnere mich an diese Stelle. Wo es leider langsamer vorangegen. Deswegen bleibe ich mal bei den 35. Die ja sogar eigentlich angemessen sind. So wie vor uns her gestrichen wird. Aber jetzt dann wieder hoch beschleunigen. Ja. Vielleicht nicht allzu sehr. Kurve. Kann einen doch schon stark raustragen. Dann ist man einfach in der Ditch. Oder bretter den Hügel hoch. Und ohnehin werden wir eh entschleunigt. rausfahren im Verkehr. 200 Stunden klacken wir aber nicht mit diesem Auftrag. Erstmal mit dem nächsten. Mit dem letzten des Tages. Wo ich mir auch nochmal bevor ich ihn starte. Den Trailer zu kriegen dann anschaue. Den Teaser Trailer. Ein Trailer ist es ja noch nicht. Ist ja nur ein Teaser Trailer. Weil es ist ja noch nicht draußen. Aber hier ist es 25. Auf dieser Seite. Weil wir halt mehr durch die Schaft kehrt fahren. Scheiben wir mal. Jetzt haben wir nur noch einen schleichenden Kollegen vor uns. Wenn es ausbremsen wird. Wir beschleunigen halt schon schneller. Und der wird offenbar an den Stelle als 45 fahren. Jetzt sieht es an. Aber wahrscheinlich müssen wir gleich wieder. Ja wir müssen sowieso runter vom Gas. Weil es ist jetzt gleich links ab. Ja wir müssen links abbiegen. Es ist sogar eine Kreuzung. Und kein. Nicht nur eine. 90 Grad Kurve wieder. Aber natürlich doch. Wir haben ein Schaftschild. Richtung Interstate 84. Das heißt das gute Stück werden wir auch noch mal fahren. zu nah dran fürs nummer schild ich habe mal ganz kurz den landslide supplies gelesen hab ich auch nicht ganz drauf geachtet sondern nur supplies und land das passt dann schon eher schön bedanken beim freightliner beim kollegen und jetzt wieder das übliche aber ich glaube ich werde diesmal auf keinen anderen weg nehmen einfach um mir aufgenommen zu haben für diese fahrten beim ersten mal bin ich ja gerade ausgefahren jetzt gleich also später es geht auch Richtung airport aber zum airport das ist halt wieder umweg wir fahren halt nicht da fahren halt durch ontario durch und nicht westlich an ontario vorbei es ist westlich natürlich möchte ja geradeaus und weiter geht's dann halten wir uns mal links ich glaub nämlich nicht dass ich eine rampe auch noch bekommen hätte wobei wahrscheinlich schon wobei wahrscheinlich schon wobei wahrscheinlich schon und wenn du die Dory fort hier tschüss und jetzt geht's auf einmal grad aus vielleicht noch was beschleunigen dann haben wir auch ontario passiert und hab immer noch 600 meint vor uns also Also die ganzen Ortsdurchfahrten, die sind halt echt zeitfressend im Vergleich zu Heime fahren, aber macht ja auch Sinn. Oltenholmes. Oh, die können wir auch fahren. Cool. Also ich glaube, es wäre gar nicht so verkehrt, die ganzen Entschiefments abzugrasen zwischen Events. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Bleib rechts und dann rechts. Rechts. Und ab auf Interstate 84 Richtung Westen müsste das sein. Ja, 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 na, doch nicht. Aber doch, klar, wir fahren noch Richtung Westen. Na ja, ja, wir fahren gegen Westen. Aber ich glaube, es bleibt nicht ganz zu weit auf der Interstate 84. Aber ich hoffe es, denn dann kommen wir ein bisschen voran. Und wir erreichen Idaho. Denn da sind ja noch viele Achievements, wodurch man ja auch einiges erlebt. Und ich glaube, ich pausiere hier einfach mal kurz. Für mich, für euch, ich gehe sofort weiter. So, ich habe auch mal die 15-minütige Pause genutzt, um mir was zu trinken zu holen. Also noch einmal ein Tee gemacht. Und ein bisschen was warmes zu haben, ne? Ich kann jetzt noch ein bisschen abkühlen, dann kann ich wahrscheinlich in der letzten Fahrt des Tages dann verspeisen, würde ich heute sagen, ertrinken. Wir passieren Dämpfer. Next ride, aber da wollen wir nicht raus. Na, noch ein bisschen abbremsen? Ne, gut. Aber auch super nice mit dem Wassertower von Dämpfer. Aber allgemein mit dem Wassertower von Dämpfer ist halt schon ein Landmark für, äh, in Amerika. Ich komme dann echt, äh, bevor ich gerade gesehen habe, habe ich zwar auch schon mal gespielt, aber auch nicht. Ich glaube, das dürfte sogar ungefähr in der Zeit gewesen sein, nach Ark, oder so, wo ich mit Ark angefangen habe. Aber wirklich weit haben wir noch nicht gedingst auf dem Server, oder zumindest ich nicht. Aber ich glaube auch hauptsächlich, weil die anderen halt, die mit dabei waren, mit Jimmy Fallon angefangen habe. Deswegen, keine Ahnung, was da passiert, nach 10 Stunden Spielzeit, oder so. Da kann ich das gerade, also es würde mich jetzt interessieren, wie viel ich, und vor allem wann ich Conan in Exiles gespielt habe. Kann ich das in der Steam-App sehen? Ne, kann ich nicht, ich habe vergessen, ich muss ja da irgendwie... Scannen QR-Code zu sein, ja, möchte ich aber nicht. Ja. Stay left. Äh, hallo, links. Schmeißen wir es doch mal rüber. Wait, 5 notifications bei Steam. Warum die denn hier? Library, so, da wollte ich hin. Sort by name, passt ja. Okay. Da haben wir kommen, dann... Was? Achso. Public-Beta-Client. Ich dachte gerade schon... Was ist das? Okay, 4,3 Stunden gespielt. Und das letzte Mal gespielt am 21. Juni 2018. Also... Dürfte das vor Ark gewesen sein? Oder um Ark herum? Weil Ark habe ich mir, glaube ich... Und ich glaube, ich habe Ark mir, glaube ich, vorher geholt. Als es denn der... Open Alpha war? Oder... Oder... Open Beta? Da habe ich es zumindest installiert. Oder gekauft. I don't know. Da habe ich es auch gekauft, habe ich es mir. Äh... Ja. Zumindest steht es bei Steam als Purchase drin. Ich kann mich aber am besten, wenn ich daran erinnere... Ins... Aber gut. Es ist halt auch lange her. Ich brauche noch super viele Freunde in Steam von... Meinen 800 Schunden Ark. Oder 88 Schunden Ark waren das, glaube ich... Auf dem... Äh... Offiziellen Server. Wir sind bei 9 Stunden, ne? Das reicht nicht mehr. Das reicht nicht. Wir müssen schlafen. Es führt kein Weg dran vorbei. Okay. Okay. Und letzte Zeit habe ich auch wieder super viele Stunden reingesteckt in Ark. Aber aktuell ist es leider gar nicht möglich, weil der... Server auf unbestimmte Zeit... Oder der... Der dedicated Server auf unbestimmte Zeit nicht laufen wird. Beziehungsweise bin ich auch schon überlegen. Äh... Oder bin kurz davor anzufangen, äh... Ark einfach mal im Singleplayer zu spielen. Äh... Äh... Und quasi neben Neverwinter und Guild Wars 2... Dann... Alles andere mit Ark. Aber es ist halt eher so... Das war sich halt so... Freizeilmäßig dann Zocker. 450 Meilen noch. Pima Daumen. Wir sind mit Twin Forts. Okay. Bin ja mal bei Twin Forts vorbei. Wir haben ausgeführt, dass einige Sachen... Weil da wir da... Also... Dazu gekommen sind. Klar. Es gibt ja auch viele Viewpoints, die... Nachgeliefert wurden zu vorherigen DLCs. Wo es noch... Nicht das... Viewpoints... Und... Whatever... Se... Äh... Sightseeing Feature gab. Oder die Spots gab. Da ich habe ja noch zu mir einige Sachen, die ich halt nicht... Aufredeckt habe. Äh... Okay. Milk. Drink Milk. Deliciously natural. Ist halt für Leute, wenn ihr euch Hose internet hat, nichts werden zu praktisch. Dance for Pedro. Northland. Also wir sind auf alle Fälle scheinbar im... Farming-Gebiet, was viel auf Viehzucht ist. Deswegen auch vielleicht Dance for Pedro. Northland. Ich glaube, Arc dürfte auch mit eines der Spiele sein, die ich am meisten auf Steam gespielt habe. Kann man das denn erst die Map sehen? Ich frage für einen Freund. Stay right. And then exit right. Oh. Wir müssen... Exiten. Gehen wir runter 45. Ist glaube ich ganz gut. Alltruck stride lane. Alltruck stride lane. Ich weiß, was jetzt kommt. Frage. Wir müssen raus. Okay. Nach Namen kann man sortieren. Nach Playtime kann man auch sortieren. Wunderbar. Ja. Arc ist Nummer 1. Wir müssen fahren. Schön. Ja. Arc mit einer Spielzeit von 1500 Stunden. Gefolgt von ETS 2 auf Steam. Muss man ja sagen. Ich habe es ja vorhin nicht auf Steam gehabt. Auf Steam 561 Stunden. Aber ich glaube, davor waren das bestimmt auch an die 1000 vielleicht. An die 800. Also es ist dicht hinter entweder gleich oder dicht hinter Arc. Arc. Also Arc Survival Evolved. Und danach kommt schon... Äh... Gut. Ja. Rocket League. Ich weiß gar nicht, ob ich... ATS... Aber knapp mit ATS, ne? Gut. Da haut ich jetzt auch gerade rein. Und Rocket League zog ich ja nicht auf dem... PC momentan, sondern auf der... Switch. Ich habe gehört, wir dürften uns eine Werkstatt aufsuchen. Wenn wir in Moab angekommen sind. Ja... Kann man machen. Bekomme schon einfach an die 5% Hürde. Ist glaube ich eine gute Hürde zum Reparieren. Ja. 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 Ich schalte jetzt immer da 100 Meilen vor im Moab. Suchen wir dann einen Rast auf. Eine Rest Area und... Ja. 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 ich mir auch geholt, also was ja quasi so ein, ja enhanced ist, ARC Survival Evolved ist, nur halt noch mal zusätzlichen Features, zusätzlichen, ja deutlich zusätzlichen Features, evakuiert auch noch mal ARC 2, aber das ist auch so NASA mäßig unterwegs, muss man ja sein beim Rechner. Joa, mal gucken, wenn es spielbar ist, denn welches auf alle Fälle, ja weiß ich nicht, entweder streamen oder Aufnahmen machen, I don't know. Könnt ihr hier mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon eher sehen wollt, Streams oder Aufnahmen? Würde mich mal interessieren, was ihr davon eher sehen, eher schauen würdet. Ganz schön holprig gerade. Geht's bergauf oder kommt's einem nur so vor? Ich bin auf jeden Fall sehr langsam. Hab mal gerade gesehen, was 15 Meilen pro Stunde ausmachen können. ein Unterschied. So. Wenn man halt nicht aus dem Quar kommt, wenn man auf dem Freeway fährt. Hey, 5% Höhe überschritten. Hm. Ach, was ich auch sagen muss, ich hab ja auch hier, hier, alles eben hier dann immer geholt auf der Switch. Steuerhogen mäßig, ich muss echt gucken, ob es da irgendwelche Kniffe gibt, weil Steuerhogen mäßig kommt, ich mir irgendwann schau da echt nicht klar. was ARC betrifft. Ich weiß nicht, ich frag mich echt wie, ob es da irgendwie ein Kniff gibt, äh, einstellungsmäßig für die Switch oder für Controller oder so, äh, für PS, PS4, PS5, Xbox, whatever. Weil, I don't know. Das ist aber echt freundlich, dass wir jetzt diesmal eine freie Bahn haben. Obwohl wir zweimal einen Crash hatten. Ähm. Naja, ansonsten, wenn es irgendwie keine Unterstützung gibt, dann weiß ich, ich frag mich echt wie Leute das auf Konsolen spielen können. Ich kann's nicht. Aber es ist mir jetzt so bei ARC aufgefallen. Weiß nicht, ob es da rein liegt, weil ich halt einfach so viele Spielezeit halt ein ARC drin hatte mit Maus und Wassertur. Und ob meine Fingerfähigkeit einfach nicht von Controller ausgelegt ist. Bei ARC. Aber da wollte ich auch noch mal schauen, ob es irgendwie da Videos gibt, äh, wo ich mal dann sehen kann, okay, es gibt Einstellungsmöglichkeiten, um die Bedienung zu vereinfachen. So. 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 So eine solche Schlucht mit Hügel im Hintergrund. sehr nice halten muss bei links 3 lines richtung cheyenne und las vegas ich habe ich weiß ein bisschen weiterhin als wir waren ich gucke mal gerade wo wir schlafen können höchstens noch hier aber wer echt kurz vorm oepp weiß ich nicht oder ob wir vielleicht doch bei price raus sollten wie lange ist es denn bis dahin bis zum wegpunkt 3 stunden 46 wäre eng wo wir dann komplett ausfahren ach komm machen wir sollte ja passen ich bin markiert in den wegpunkt noch mal damit ich es noch ein bisschen besser auf dem schirm habe ich glaube ich hier die markierung zum wegpunkt dann haben wir das wirklich auf dem schirm aber ich weiß nicht da ich ja echt mit einer geschwindigkeit von 5 meilen unter dem speed damit fahre ob das nicht knapp wird aber es ist mir einfach so offen es ist immer noch zehn minuten unterschied boah es wird eng weiß ich nicht riskieren wir es oder nicht ich denke ich denke ja ich probiere es es ist missing es ist hier im lähe ich ich und wieder gekillt worden durch diese kreuzung aber wann ist es nicht komplett aus? jetzt kann man es vergessen, dann fahren wir bei Price raus dann fahren wir bei Price durch bleibt mittlerweile nichts anderes mehr übrig der Wassersprengler, ich habe keine Ahnung wie es sonst heißt auch schön mit den schneebedeckten Bergen im Hintergrund oder soll es Kalkfelsen da stehen dann machen wir den Kalkfelsen und dann werden wir den Kalkfelsen stehen an rechts hoch auf 60 vielleicht wie hier können wir jetzt mit dem Schadenabwohner beschleunigen also wie hoch, ab was für der Geschwindigkeit ich glaube 65 würde sogar noch gehen ich dachte ja eigentlich hätte ich es nur angehabt, aber okay, scheinbar habe ich es komplett ausgehabt aber durch so einen Unfall setzt es sich ja eigentlich nicht zurück wir haben hier zumindest neu, dass es dem so wäre so gleich können wir schlafen in der Nacht glaube ich aus, oder? oh je, bitte jetzt keine Waage jetzt könnte es echt unter Umständen sein, dass wir nice hätte Strafe zahlen können müssen dass ich da bei einer Verwarnung geblieben wäre na klar ab nach Price zum Pennen ja ein bisschen weit raus ja 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 ganz gut ja so das war ja ja das war so und ja dann Ok, das geht nicht, ich versuche was wert, können wir die Kurve ja, das sollten wir einbekommen, halten wir hier und schlafen. Und dann wollen wir mal die restlichen 100 mal einfahren, wie gesagt getankt werden muss nicht mehr. Andererseits ist es ja auch eine Truck Simulation und keine Wehrstaat Simulation von daher. Auch nicht schlimm, wenn nämlich so ist. Ich habe weiter gedacht, zum Ende der Folge ist der T-Track-Bar. Dann trinke ich den mal gleich, wenn ich mir das Griechenland-Video anschaue. Ich quatsch dann glaube ich auch gleich im Moorgegenweg über das Griechenland. Und was ich so dazu zu sagen habe, wenn euch den T-Track nicht angeschaut hat, dann könnte er es gerne machen zu morgen. Man könnte mir morgen in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem Trader haltet. Im Allgemeinen kriegen dann also die DLC, aber alles weitere noch morgen. Und wir müssen über den Highway nach Moab. Ich hoffe, die Nam-Taste hat nichts gemacht. Aber tut nichts, weil ich bin da gerade ausreden gekommen und musste nochmal betätigen. Wenn sie was tut, wissen wir es gleich. Wenn man nichts passiert oder whatever. Wir werden sehen. Ich werde es gleich oder morgen sehen und ihr werdet es dann gerade gesehen haben. Wenn ihr eine Unterbrechung habt oder eine harte Unterbrechung habt, dann wisst ihr Bescheid. Ich habe keine Ahnung, was die Shortcuts sind bei Audacity und bei Windows Share Filmora. Was die Aufnahmen betrifft. Könnte amüsert werden. Zwei Stein. Auf 85 Meilen. Ich würde öffnen darauf, gar keinen für eine zwar. Nicht der Musical Road hier gewesen. Sobald ich mich erinnere. Doch, doch, doch bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Ich habe mich wieder erinnert. Ich habe mich wieder erinnert, aber das ist schon super lange her. Ich würde sagen runter auf 50. Ne, mehr. Ich glaube 30 wäre in dem Fall angemessen gewesen. Leider nicht mehr, mittlerweile ist Parallel Simulator angesagt. Mal lässt es rein, wunderbar. Ich muss sagen, wir würden halt echt schon mehr auch teilweise parallel laufende, würde ich wünschen. Ein paar, meine Güte. Ich würde schon ein paar mehr nebenbei her laufende World of Trucks events wünschen. So. Weiß ich nicht, vielleicht mit dem Zeitransport oder so. Ach gut. War ja, glaube ich, auch angedacht für dieses Jahr. Oder weiß ich nicht. Dass da mehr der Fokus drauf gelegt wird. Aber weiß ich nicht. Mal schauen. Wird ja in Kürze wieder ein Rückblick und Ausblick Video geben. Oder Stream. Turn right. Turn right. Turn right. Turn right. Wo geht das nochmal hin? Kurste eine Mining? Ne ist ja sehr gut. Das ist okay. Mein Gott, wie viele Benachrichtungen kann man in einer Sekunde bekommen. Ja, sind alles verschieden. Warum denn noch mal bremsen? Warum muss man noch mal bremsen? Gleich die 45 vorhergegeben, vorgegeben, vorgegeben, genau, vorgegeben, und noch mal auch 35, ne noch nicht, aber gleich, aber gleich und bald. Über den Colorado River, und ich meine, es geht noch mal runter auf 25, wenn es mehr in den Ortskern von Moab geht, oder auch nur 30, vorerst zumindest, müssen wir uns links halten. Ja, doch schon eher. Machen wir das doch mal. Dann kommen wir auch ein bisschen voran, indem wir die LKWs passieren. Woche 35. Das ist aber direkt neben der Werkstatt, wunderbar. Dann fehlt nur noch ein Schlafplatz. Dann fehlt nur noch ein Schlafplatz. Das war halt die nächste, aber jetzt haben wir zumindest ausgeschlafen. Bisschen zu stark, aber bremsst. Na klar, wo müssen wir hin? Hier hin? Oh. Schon knapp. Äh. Bisschen zu früh. Reicht das noch, wenn es einfach rumkommen war? Also, ich glaube, das war das. Ich habe. Ich habe meine dzieci und ich habe sie. Ich habe sie gesehen und ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen, ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen, sie habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen, was der die LKW ist da gemacht. Auch ein guter Trailer, ich hab keinen Job. Dann nochmal abladen würde ich sagen. Ausgezeichnet. Zumal ist die Fracht unbeschädigt von Burns nach Moab geliefert. 734 Meilen waren es, einen schon 19. Plus ein bisschen mehr, aber der wird ja weggeschnitten. 55.000 gab es und 1.500 Erfahrungspunkte. Und ein neues Level. Level 25. Heißt ADR 8. Nein, 6 und 8 kommen danach. Heißt, jetzt kann ich auch fahren. Giftige, gesundheitsgefährdende Stoffe wie Kaliumcyanid, Quecksilberchlorid oder Pestizide. Und auch Klasse 6.2 Video Gefahr. Infektiöse Materialien, Virenkulturen. Habe ich glaube ich noch nie gefahren. Virenkulturen, gebrauchte Nadeln und so weiter. Das auch noch nicht. Glaub ich nie gewesen. Gucken wir mal was es neue Ausrüstung gibt. Neues Fahrwerk. Ja. Und ich glaube ich werde einfach nochmal gucken. Im Nachhinein, wenn jemand durch ist nach der letzten Fahrt. Und werde den Truck dann nochmal anpassen. Aber erstmal geht es zur Werkstatt und da kann man auch noch nicht schlafen. Da kann man schlafen. Einmal rum dann zum... Dürfte glaube ich Rock in the Hole sein. Äh Hole in the Rock. Rock in the Hole, genau. Auf einen Schubser mehr oder wenig muss ich nicht mal an. Wir sind bei 850.000. Nice. Auch ein cooler Abschlepper. Äh, 562. Vielleicht auch mehr. Wer ist Beteiligung? Dann fahren wir eben fix da hin. So scheiße halt geht. Und dann werde ich mir gleich nochmal den Deezer-Trailer anschauen. Wie bereits erwähnt. Und dann legen wir uns mal hier hin. Mal den Blick auf... Hole in the Rock. Und in dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe das hat euch gefallen. Und ich hoffe ihr seht euch dann im nächsten Halloween Event Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die